Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading, dein Kanal rund ums Thema Chart-Technik. Wir kommen heute zu unserer wöchentlichen Krypto-Übersicht, zu unserem Krypto-Update. Hier schauen wir uns einige Charts an rund um den Krypto-Space und gehen natürlich dann auch im Einzelnen auf die wichtigsten Coins ein. Wir fangen an mit dem Chart Krypto-Total. Hier ist sozusagen der, wenn man möchte, der Index der Kryptowährungen. Hier ist jeder einzelne Dollar getrackt, der in irgendwelchen Main-Coins, also wie Bitcoin, Ethereum, aber eben auch die gesamten Alt-Coins. Hier ist wirklich alles zusammengefasst und da sehen wir, dass wir nach dem größeren Abverkauf seit dem All-Time-High jetzt hier so eine Bodenbildung hatten und im Endeffekt jetzt vor einer Woche circa, vor zwei Wochen hier aus diesem Dreieck ausgebrochen sind. Wir haben hier wunderschön die untere Begrenzung dieses Trendkanals berührt, der uns ja im Endeffekt jetzt schon sehr, sehr lang begleitet. Wir sind hier übergeordnet in einer wunderschönen Preisrange, haben hier den unteren Bereich getestet, sind jetzt hier bullisch ausgebrochen und jetzt aktuell befinden wir uns in einer sehr, sehr wichtigen Zone. Wir sehen es hier im August 2021 war das mal so ein bisschen Widerstand, bevor wir dann ausgebrochen sind und hier im Dezember 2021 war das eben Support. Dann hier im Januar war es nochmal Widerstand, im Februar auch. Und jetzt aktuell testen wir den Bereich gerade so ein bisschen als Support, beziehungsweise eigentlich so eine Support-Resistance-Zone, weil der Total-Chart zeigt uns hier was sehr Interessantes. Seit über einer Woche sehen wir jetzt hier, dass wir mit diesem Simple Moving Average 200 kämpfen, also der klassischen 200-Tageslinie. Und das ist schon wirklich sehr, sehr eindeutig. Immer, wenn dieser Bereich berührt wurde, wurden wir scharf abverkauft. Das heißt, da ist jetzt sehr, sehr spannend zu beobachten, wie wir uns hier verhalten. Sollten wir hier drüber ausbrechen, das heißt im Endeffekt hier drüber ausbrechen, dann schließen und das backtesten, dann wäre der Weg frei für ein sehr, sehr spontanes und auch für eine heftige Bewegung, sage ich jetzt mal, weil sich hier jetzt schon relativ viel Verkaufsdruck aufgebaut hat. Und wenn wir das dann durchstoßen, dann kann es hier zu einem schönen Short-Squeeze kommen, was dann auch in etwa gleichbedeutend wäre hier mit dem Fibonacci. Wir sind jetzt aktuell bei der 38er-Marker, sozusagen in der Golden Zone. Und so ein übliches Retracement hier wäre jetzt eigentlich bis hoch auf 2,4 Billionen US-Dollar. Das wäre dann das 61er-Fibonacci und das wäre dann eben auch, weil wir hier sehen, hier ging es eigentlich historisch entweder gerade rauf, gerade runter, gerade rauf. Und da wäre es hier wahrscheinlich sogar relativ schnell, dass wir durch diese Zone durchgehen, weil hier einfach das Orderbuch sehr, sehr dünn ist auf dem Bereich. Also für mich aktuell das Preisziel, falls wir hier bullish bleiben, wären so 2,4 Billionen. Das wäre so knapp nochmal 20 Prozent im breiten Kryptomarkt vom aktuellen Level. Und ansonsten müssten wir uns hier so ein bisschen die Retracements anschauen. Eventuell hier die Moving Averages unten so im Bereich um knapp unter 2 Billionen. Also dann könnte ich mir, wenn wir jetzt hier wieder drunter fallen, beziehungsweise vor allen Dingen auch unter die Kerze fallen vom 1. April, dann könnte ich mir so ein Retracement nochmal vorstellen, eventuell hier unten auf die 1,85 Billionen. Im Moment ist der Kryptospace sozusagen wirklich gefangen, genau in der Mitte von so einer Preisrange derzeit. Also mit frischen Long-Positionen wäre ich jetzt aktuell vorsichtig, bis wir hier wirklich ausbrechen und das backtesten. Und hier könnte man sich dann wieder richtig stark in den Kryptowährungen positionieren. Wer jetzt investiert ist, aktuell einfach weiterlaufen lassen, weil im Prinzip stehen wir hier noch sehr, sehr gut da. Der nächste Chart ist die Bitcoin-Dominance. Das ist sozusagen der Anteil am Bitcoin am Gesamtmarkt. Und so übergeordnet kann man sagen, wenn dieser Verhältnis-Chart fällt, dann ist es eher bullisch für den Kryptomarkt, weil dann sozusagen die Altcoins, also wie Ethereum, Binance-Coin steigen ja in der Regel stärker an als der Bitcoin selbst, wenn es sozusagen zu Zuwächsen kommt im Kryptospace. Deswegen verliert dann sozusagen der Bitcoin eher Marktanteil. Marktanteil. Und wenn hier dieser Chart steigt, dann ist es eher so, dass wir uns im Kryptospace ein bisschen vorsichtiger positionieren, weil in der Regel haben wir es dann mit einem fallenden Gesamtmarkt zu tun. Und was sehen wir hier derzeit? Wir hatten hier einen starken Anstieg. Das heißt, da hatten wir eine scharfe Korrektur im Kryptospace und sehen jetzt, dass die Market-Dominance zurückkommt aufs 50er. Das heißt, wir hatten jetzt hier eben diese kleine Zwischenrallye. Und da ist jetzt abzuwarten, wie wir uns hier verhalten. Das wäre jetzt im Prinzip so ein typisches Retracement. Man darf diese Charts nicht zu genau nehmen, weil das sind ja diese Verhältnismäßigkeits-Charts. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der Interpretation. Aber im Grunde genommen könnte ich mir hier vorstellen, dass wir eventuell nochmal ein bisschen Zuwächse bekommen in der Bitcoin-Dominance. Das heißt, dass der Gesamtmarkt etwas korrigiert, was ja auch in etwa mit den teilweise doch schon sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen, überkauft. Aber einige Coins sind schon derzeit sehr, sehr angespannt auch von dem Run, den sie jetzt hingelegt haben. Also wäre grundsätzlich so eine kleine Korrektur im Kryptospace auch relativ gesund. Diesen Chart einfach mal so nebenbei ein bisschen beobachten. Das ist jetzt nicht mein Hauptindikator, aber ich finde ihn ganz spannend, vor allen Dingen, wenn man versteht, wie er funktioniert. Als nächstes schauen wir uns den Bitcoin an. Und da sehen wir, dass der Bitcoin hier sehr, sehr schön an dieser übergeordneten, aktuell übergeordneten Preisrange abgeprallt ist. Wir hatten ja hier diesen Preiskanal seit dem 3. Dezember, der uns hier ganz gut begleitet hat. Und jetzt haben wir was sehr, sehr Spannendes gesehen. Und zwar hatten wir hier einen kleinen Sell-Off. Und dieser Sell-Off hat genau geendet bei ca. 44.200. Warum ist diese Preiszone so kritisch? Weil das hier mehrfach Widerstand war. Das war hier im Januar Widerstand. Dann hier im Anfang Februar zweimal Widerstand. Und hier ein drittes Mal Anfang März. Dann hatten wir es hier durchstoßen. Und jetzt haben wir das perfekt als Support-Bag getestet. Also aktuell, wer hier long investiert ist, sollte definitiv völlig entspannt bleiben, solange wir uns über diesem Level von, ich sage jetzt mal, ca. 44.000 Dollar bewegen. Wenn wir da drunter brechen, dann wäre es durchaus wahrscheinlich, dass wir vielleicht nochmal ein etwas tieferes. Das sollten wir hier drunter gehen, das eventuell dann testen. Dann wäre es durchaus wahrscheinlich, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer retracen. Aber solange wir hier drüber bleiben, ist wirklich alles im grünen Bereich. Mit frischen Long-Positionen, ja gut, ich sage mal, man könnte natürlich jetzt hier schon einfach akkumulieren. Das heißt, jeden Tag ein bisschen was kaufen, solange wir hier über dieser Grenze bleiben. Weil ich gehe momentan wirklich davon aus. Und der Verkaufsdruck ist auch nicht wirklich besonders hoch. Also aktuell könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt hier noch ein bisschen uns aufhalten in dieser Zone, dass wir eventuell hier noch ein bisschen seitwärts gehen in dieser Zone, bis wir dann eventuell ausbrechen, um wirklich hier diese Welle Dora, die ich jetzt schon seit einiger Zeit eingezeichnet habe, hier zu kompletieren. Das wäre dann so in etwa bei, ich sage jetzt mal zwischen 60.000 und 65.000 US-Dollar. Grunde genommen gefällt mir das hier alles sehr, sehr gut. Der Bitcoin ist derzeit sehr, sehr stark. Und vor allen Dingen nach diesem starken Anstieg sind die Abverkäufe relativ mild. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ethereum ist ähnlich stark. Gefällt mir aktuell technisch sogar noch ein bisschen besser. Auch hier kämpfen wir gerade mit der klassischen 200-Tageslinie. Hier in schwarzem Chart sind hier aktuell wirklich sehr, sehr intensiv am Kämpfen. Jetzt seit zwei Tagen sehen hier auch kleine Abverkäufe. Im Grunde genommen sieht man aber auch, wie unglaublich bullish Ethereum ist. Das heißt, wir hatten auch hier den Abverkauf ähnlich wie im Bitcoin. Und Ethereum macht jetzt gerade schon wieder neue Hochs. Also man sieht es hier, der Markt ist sehr, sehr scharf auf Ethereum. Und das ist das, was ich auch bei diesem Bitcoin-Dominance-Chart gemeint habe. Wenn es nach oben geht, steigt natürlich der Bitcoin auch. Aber die Altcoins, wenn man sich da ein paar raussucht, die einem wirklich gut gefallen, steigen halt tendenziell in dem Bereich dann etwas schneller. Und das sehen wir hier auch. Also bei Ethereum bin ich auch sehr, sehr bullish. Und hier wäre diese Welle Dora, die wir gerade offensichtlich ausbauen. Man sieht es hier, finde ich, noch deutlicher. Weil wir hier vor allen Dingen in Ethereum schon übers B ausgebrochen sind. Also ich finde, Ethereum zeigt uns hier sehr, sehr deutlich, wo die Reise hingehen kann im Kryptobereich. Und da wäre so mein Kursziel aktuell für Ethereum zwischen 4.200 und 4.500 Dollar. Natürlich nicht in einem Spurt, sondern das kann schon nochmal mit Rücksetzern verbunden sein. Aber ich glaube, grundsätzlich, wer hier im Kryptospace investiert ist, ist relativ sicher und gut investiert und sollte die nächsten Wochen eigentlich Rendite einfahren. Zumindest sieht es für mich derzeit so aus. Vorsichtig, werde ich bei Ethereum, sollten wir hier unter das 38er Fibonacci fallen. Das wäre so in etwa bei 3.200 Dollar. Hier sehen wir aber auch eine ganze Armee an Moving Averages. Der 20er geht jetzt hier gerade schon wieder bullish durch den 200er. Das heißt, hier haben wir so das Gegenteil von einem Death Cross. Also ein Death Cross, wenn praktisch die Moving Averages, die langsamen, die der 20er und der 50er von oben nach unten kreuzen, den langläufigen, dann ist das eher ein Verkaufssignal, wie wir es hier drüben gesehen haben, eben in der großen Korrektur. Aber genauso andersrum, wenn diese Moving Averages dann von unten bullish durch den langsam laufenden Durchsteigen gilt das allgemein als Kaufsignal und das ist heute eben passiert. Insofern bin ich durchaus bullish auf die Kryptowährungen und auf Ethereum sowieso. Als nächstes kommt der Binance Coin und der gefällt mir grundsätzlich auch sehr, sehr gut, weil er in der Regel ein Outperformer ist. Also wenn der Kryptomarkt steigt, dann steigt für mich Binance Coin auch immer sehr, sehr schön und vor allen Dingen auch tendenziell besser als der Bitcoin. Hier sehen wir jetzt auch, wir sind aktuell hier im Bereich so um das 38er, Fibonacci, da ist Ethereum schon drüber. Der Binance Coin kämpft hier gerade noch, aber ich sage mal, wenn wir hier die 450, 456 Dollar durchstoßen, dann denke ich, sind wir relativ schnell. Das sollte dann auch, wenn man sieht es hier drüben auch historisch, man muss dann immer historisch auch ein bisschen schauen und sobald wir hier die 450 Dollar eben durchstoßen haben, geht es relativ zügig in der Regel hoch auf die 538. Also ich sage mal, sobald wir hier das 38er durchstoßen, sollte die Reise, ich zeichne das mal ein, hier eventuell dann mit einem Backtest, dann haben wir hier noch die 200 Tageslinie, die dann hier reinkommt. Und wenn wir die durchstoßen, sollten wir relativ schnell eigentlich hier oben landen. Und dann ist die Frage, geht es wirklich weiter auf die wirklich hohen Retraces? Beim Bitcoin gehe ich ja wirklich davon aus, dass wir hier auch mal wieder so ein 78er oder eben das 88er anlaufen. Und dann sieht man, hat man sogar bei so einem großen Coin wie Binance Coin aktuell ein sehr, sehr schönes Potenzial. Immer noch von in etwa, ich denke mal, das sollten so 40, 50 Prozent sein. Genau, sind so 40 Prozent aktuell im Binance Coin. Und das ist doch durchaus eine schöne Rendite. Vorsichtig, auch hier werde ich halt, sobald wir hier dieses Tief von vor zwei Tagen nach unten durchstoßen, weil das war für mich schon so ein signifikanter Punkt, da war kurz mal so ein bisschen Panik im Markt. Aber dann eben hier diese starke, bullische Kerze. Und bei Binance Coin sieht man sie wirklich sehr, sehr schön. Und solange wir hier dieses Tief von dieser Kerze halten, ist alles in Ordnung. Hier könnte man gut akkumulieren. Und sobald wir hier drunter fallen, also sollten wir jetzt hier wirklich drunter sein und die dann als Widerstand testen, dann könnte man vorsichtiger werden und seine Position etwas verkleinern. Cardano sieht zurzeit auch sehr, sehr schön aus. Wir sind jetzt hier auf so einem ganz hohen Niveau und machen hier so eine Art Bullenflagge. Grundsätzlich gefällt mir sowas immer gar nicht so gut. Ich habe es tatsächlich nach so starken Anstiegen und vor allen Dingen auch, wenn dann der RSI im Daily so ein bisschen überkauft war, habe ich tatsächlich ganz gern ein bisschen Tieferes wie Tracement. Aktuell sehen wir, dass der Cardano wirklich kaum Gewinne abgibt, was natürlich auch im Endeffekt dann schon ein bullisches Zeichen ist, was für mich aber wirklich ein legendäres Trade-Setup wäre. Und das würde ich dann auch wirklich auch posten hier, wenn wir, und vor allen Dingen auch in meinem Discord posten, sollten wir hier den Dollar nochmal backtesten. Und das wäre wirklich ein schönes Szenario bei Cardano. Also wenn wir hier praktisch, nachdem wir kurz mal drunter waren und uns wieder hochgekauft haben, wenn wir jetzt hier den Dollar backtesten, dann würde ich sagen, könnte man hier wirklich legendär long gehen, weil dann ist eigentlich nur der Dollar zu verteidigen. Das heißt, man könnte hier sehr, sehr kurzfristig, eventuell hier irgendwo bei 90 Cent, hier waren zwei, drei so Wicks, die immer nach unten gingen. Aber ich sage mal so, unter diesen Wicks, wenn man dann hier ausstoppen würde, könnte man wirklich ein wunderschönes Trade-Setup fahren. Grundsätzlich könnte man Cardano hier jetzt auch schon akkumulieren. Wir sind jetzt bei einem Dollar 17. Ja, man hätte jetzt 20 Prozent Downside, aber ich sage mal, meine generelle Upside für Cardano ist auch dementsprechend sportlich, weil ich definitiv denke, dass der Coin irgendwann mal wieder All-Time-High sehen wird. Also setze ich mal hier das Fibonacci an beim All-Time-High und gehe wirklich hier zum Tief der Korrektur. Und dann sehen wir, dass wir bei Cardano, selbst wenn wir hier das 78er uns mal anschauen, wären wir so bei 2,50 Dollar, das 61er wäre so bei 2,20 Dollar. Also so in dem Bereich, wenn es geht, dann kann man sich das Chance-Risiko-Verhältnis überlegen. Man muss es halt einfach halten und auch dann wirklich gute Nerven haben. Übergeordnet ist hier so ein völlig verrückter, parabolischer Trend eingezeichnet, der aber durchaus seinen Sinn hat, weil wir hier wirklich einige, man sieht es kaum, aber wirklich viele Berührungspunkte haben auf dem Weg nach oben. Und solange uns der sozusagen trägt, halte ich diese Ziele hier oben für durchaus realistisch. Das sieht man dann. Wenn es soweit ist, dann verpasst man den Tag, dann macht Cardano mal in einem Tag 30, 40 Prozent und die Reise geht los. Also man sieht es wirklich, wenn man auf der linken Seite, wenn man immer zögert oder zweifelt an irgendwelchen Kurszielen oder wenn man sich selber seine Strategie zurechtlegt, wirklich einfach mal auf die linke Seite schauen und wie sich das Asset teilweise schon verhalten hat. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann hier diesen Bereich anschaut, dann sieht man, was Cardano einfach wirklich imstande ist zu leisten, wenn wirklich mal wieder Hype im Markt ist. Und aktuell verteidigen wir einfach historisch gesehen in einem extrem wichtigen Bereich um einen Dollar. Und sobald hier wirklich der Markt Vertrauen findet, denke ich, wird es sehr, sehr zügig nach oben gehen. Wir hätten dann hier bei Cardano aktuell auch so eine wirklich schöne inverse Schulterkopf-Schulter-Formation, wo wir praktisch die Nackenlinie dann etwa hier hätten. Und sobald wir da durchgehen, kommt einfach wieder Druck in den Markt. Wir haben jetzt hier noch nicht mal das 23er-Retracement zurückerobert. Also ich sage mal, die Reise zum 38er, 50er und 61er, die möchte ich hier auf jeden Fall mitgehen. Und ich würde sogar sagen, Cardano ist derzeit technisch gesehen einer der schönsten von den großen Coins. Und ich denke mal, hier könnte man durchaus jetzt Positionen auch akkumulieren. Solange man diesen Stop-Loss hier bei 90 Cent respektiert, ist die Downside auch absolut überschaubar. Und vor allen Dingen hier, sobald wir dann diesen parabolischen Trend verlassen, da wäre ich dann grundsätzlich schon vorsichtig, vor allen Dingen, weil er hier wirklich ein paar Mal sehr schön respektiert wurde. Ripple ist auch in so einer Situation derzeit, wo wir grundsätzlich einen sehr bullischen Markt auf Ripple haben. Ich habe hier auch gleich was eingezeichnet. Ich möchte mir so ein bisschen historisch den Chart anschauen. Wir sind jetzt so im Mittelfeld. Also die Downside ist durchaus groß bei Ripple. Die Upside ist derzeit, ja, es ist so eine 50-50-Situation. Für mich grundsätzlich eigentlich keine Position, um wirklich neue Longs einzugehen. Würde ich jetzt aktuell auch nicht machen bei Ripple. Ich bin aber schon investiert, habe einen relativ tief hier aufgreifen können, so im Bereich um die 65 Cent, habe ich mal ein bisschen akkumuliert. Was allerdings schon wunderschön ist bei Ripple, muss man sagen, ist dieser Aufwärtstrend, der hier derzeit extrem gut respektiert wird. Und deswegen zoome ich jetzt hier mal auch ganz genau rein. Es ist jetzt hier so ein Dreieck eingezeichnet im Kurs. Hier hatten wir übergeordnet so einen doppelten Boden. Auf dem, es müsste so ein 7, 8, 6 oder vielleicht sogar das 8, 8, 6 gewesen sein seit dem All-Time-High. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier über das 23er Retracement rüber und kämpfen jetzt aktuell mit dem 38er Retracement. Und das passt hier gerade perfekt zusammen mit dieser Dreiecksformation, wo wir praktisch hier mit diesem Downtrend immer wieder nach unten gedrückt werden. Den können wir jetzt aktuell sogar noch schöner einzeichnen, weil der jetzt ein bisschen mehr Daten zur Verfügung hat. Dann sehen wir es hier. Dann haben wir den heute eben schon wieder getestet. Und hier ist es jetzt durchaus spannend. Also hier könnte man durchaus auch so ein bisschen Positionen akkumulieren. Ich würde dann einen Stop-Loss auf jeden Fall setzen hier unter dem letzten Tief. Das ist auch in etwa gleichbedeutend mit dem Tief in den anderen Coins, wo ich gesagt habe, da wäre ich vorsichtig. Einfach, um hier dem Markt ein bisschen Luft zum Atmen zu geben. Aber wie gesagt, sobald wir hier diesen Aufwärtstrend brechen sollten, sollte man eh vorsichtig werden, weil der jetzt hier durchaus sehr, sehr stark respektiert wurde. Aber was natürlich schon interessant wird, ist, wenn wir hier jetzt ausbrechen, das Backtest, man hat es hier gesehen, hier hat es Ripple versucht, ist aber wieder zurückgedrückt worden. Aber der Platz wird jetzt hier immer enger. Und in der Regel kommt es dann eben zu einer recht explosiven, zu einem explosiven Breakout. Und wenn wir dann praktisch hier nochmal einen Backtest bekommen, dann könnte man sich wirklich hier für die längere Long-Position positionieren. Ich denke mal, auch hier, sobald Hype im Markt ist, reden wir hier vom 7,8,6 oder 8,8,6, eventuell sogar. Also von einem Dollar 20 bis einem Dollar 17. Ist nicht ganz so die extreme Upside jetzt wie bei Cardano, aber durchaus auch ein solider Coin und vor allen Dingen ein sehr beliebter Markt. Deswegen habe ich den auch mit dabei in meiner Wallet. Polkadot ist von mir zurzeit so ein kleiner Liebling. Da bin ich auch sehr, sehr stark investiert. Habe jetzt hier auch schon die Rallye schön mitgenommen. So ein bisschen Gewinne jetzt aktuell genommen, aber durchaus noch sehr, sehr stark investiert. Polkadot hat sich technisch die letzten zwei Jahre extrem schön verhalten hier. seit Dezember 2020, die eineinhalb Jahre. Wir haben hier diesen riesengroßen Preisbereich, der hier immer wieder respektiert wurde. Hier mal mit einem kurzen Hype-Ausbruch wurde aber schon wieder schön reingedrückt. Also da sieht man wirklich, dass so ein Preiskanal durchaus respektiert wird. Sogar hier die Mittellinie wurde mehrfach herrlich backgetestet. Das ist wirklich ein wunderschöner Preiskanal. Und aktuell waren wir eben hier sehr, sehr weit unten. Ich habe mich hier schön positioniert auf dem Doppelboden und laufe jetzt hier wunderbar mit. Aktuell kämpfen wir jetzt hier mit dieser horizontalen Widerstandszone. Die ist so in etwa bei 23 Dollar. Da müssen wir drüber hinaus. Am besten hier über die 200-Tageslinie hinaus. Und dann sehe ich für Polkadot auf jeden Fall gute, gute Chancen. Man sieht es hier, wenn man sich wirklich den anschaut, den Preisbereich seit diesem letzten Hoch, sehen wir hier diese wunderschöne Retracement-Bewegung. Hier dieses Formieren des Bodens. Hier dieser wunderschöne Doppelboden. Dann auch hier mit starker bullischer Divergenz und seitdem eben den Anstieg. Und ich denke, dass wir hier auch bei Polkadot, weil das ist auch ein Coin, da kann unglaublich viel Power dann reinkommen. Wenn der mal wirklich wieder gesucht wird vom Markt, dann kommt hier auch unglaublich viel Aufwärtsdruck rein. Insofern denke ich, dass wir hier auch die Retracements anlaufen werden. Auf jeden Fall mal jedes 38er. Das wären so circa 30 Dollar. Aber auch auf jeden Fall die Schwellen. 35 Dollar und 40 Dollar sind für mich absolut realistisch. Polkadot läuft dann ganz gerne immer so in 5-Dollar-Schritten. Und am Endeffekt, denke ich, werden wir auch über kurz oder lang bei Polkadot die 50 Dollar nochmal sehen. Und das wäre dann vom aktuellen Niveau auch nochmal so circa ein Verdoppler. Ja, Risikomanagement. Wie gesagt, wer sich jetzt hier noch positionieren will. Ich würde hier immer diese Kerze, also wenn ihr bei euch zu Hause dann im Chart schaut, immer so die Kerze respektieren vom 1. April. Falls das dann ein April-Scherz war sozusagen, das wir hier gehalten haben. Hier wäre bei Polkadot sogar noch ein weiterer Support-Bereich hier von Ende März. Sobald wir hier drunter gehen, wirklich vorsichtig werden, Positionen reduzieren und lieber dann hier unten am Boden des Kanals wieder aufladen. Aber solange wir hier bullisch drüber bleiben, hier noch so ein bisschen akkumulieren, denke ich, kann es durchaus bald losgehen. Zum Schluss schauen wir uns noch unseren kleinen BTC-Shorts-Chart an. Da habe ich ja gesagt, den immer so mit einer bisschen Prise Salz beobachten. Hier sieht man, wie sich die großen Wallets, also praktisch Wale, wie sich die positionieren im Crypto-Space. Da sieht man, ob die Short-Positionen eröffnet werden. Immer wenn es so einen Spike nach oben gibt, dann weiß man, dass sehr, sehr viele Short-Positionen eröffnet wurden. Und man sollte nicht sofort alles verkaufen, aber man sollte mal grundsätzlich sich den BTC-Chart, also den Bitcoin-Chart anschauen und mal überlegen, okay, wie bin ich gerade positioniert? Wie ist der Markt positioniert? Nehme ich vielleicht ein bisschen Gewinne mit? Und da sehen wir derzeit, dass der Short-Chart fast am All-Time-Low ist und sogar jetzt aktuell eher wieder so aussieht, dass wir da so ein bisschen nach unten wegrollen. Also durchaus momentan kein großer Druck der Leerverkäufer oder der Verkäufer, sage ich jetzt mal im Prinzip, zeigt es an, dass wir grundsätzlich sehr, sehr bullish unterwegs sind im Crypto-Space. Wir hatten hier auch so eine kleine Hammerkerze. Sollten wir die auch noch unterschreiten, dann ist wirklich auch mal hier wieder der Bereich um das All-Time-High drin. Also ich sage mal, die Shorts haben eher gerade keine Lust auf den Markt. Insofern sind die Chancen für steigende Kurse im Bitcoin durchaus gegeben. Jawohl, das war es mit dem heutigen Crypto-Update. Lass wie immer dem Kanal ein Abo da. Schau mal unten in die Videobeschreibung. Da siehst du den Link zu unserem 10x Trading Discord. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke und ciao. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Tschüss.